Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 24. Januar. Für die Salatbar Tom & Sallys geht es in Gießen weiter und der bislang längste Streik der Gewerkschaft der Lokführer ist gestartet. Dies und mehr im heutigen Podcast. Der bislang längste Streik der Gewerkschaft der Lokführer, GDL, ist gestartet. Seit den frühen Morgenstunden und noch bis kommenden Montagabend fallen deswegen bundesweit zahlreiche Verbindungen aus. Alle Züge stehen aber nicht still. Die Bahn hat für Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr einen Notfallfahrplan mit einem stark reduzierten Angebot aufgestellt. Reisenden empfiehlt die Bahn, sich 24 Stunden vor Fahrtantritt über ihre Verbindung zu informieren. Nicht unbedingt notwendige Reisen sollten verschoben werden, gebuchte Tickets könnten zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden. Von den Arbeitsniederlegungen betroffen sind auch Regionalzüge und S-Bahnen in Hessen. Da die GDL ihre Streikstrategie nur sehr begrenzt offenlege, seien Vorhersagen über Bahnverbindungen allerdings nur eingeschränkt möglich, heißt es beim Rhein-Main-Verkehrsverbund. Für die Salatbar Tom & Sallys geht es in Gießen weiter. Ende November hatte Tobias Voigt aufgrund einer Insolvenz die Lokale in Gießen und Wetzlar schließen müssen. Doch jetzt, zwei Monate später, haben sich zumindest für die Gießener Filiale zwei neue Inhaber gefunden. Hakan Nazifoglu und Shafiula Raufi, zwei Unternehmer aus der Stadt, übernehmen die Salatbar. Tobias Voigt wird sich aus dem Tagesgeschäft komplett herausziehen und ihnen nur beratend zur Seite stehen. Die Rechte an der Marke Tom & Sallys behält er. Ob auch die Wetzlarer Filiale eine Zukunft haben wird, ist hingegen unklar. Wegen akuter Glätte ist es am Dienstag im Lahn-Dill-Kreis zu etwa 60 Unfällen gekommen. Die glatten Straßen hatten auch Auswirkungen auf den Busverkehr. Die Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil, VLDW, teilte mit, dass es bei mehreren Linien zu witterungsbedingten Betriebsstörungen komme. Eine Strecke, die laut Polizei besonders betroffen war, ist die Landstraße zwischen den Greifensteiner Ortsteilen Holzhausen und Beilstein. Dort hatte es wegen der Glätte allein zwischen 4.45 Uhr und 8 Uhr insgesamt sieben Unfälle gegeben. Bereits im Februar 2023 soll ein 23-Jähriger eine damals 25-Jährige aus Frohnhausen erschlagen und anschließend auf der Grillstelle auf einer Waldwiese in der Weidelbacher Gemarkung Weidefeld verbrannt haben. Erste Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gab es aber erst Anfang dieses Jahres. Seit dem 5. Januar sitzt der 23-Jährige wegen Totschlagsverdacht in Untersuchungshaft. Tags zuvor untersuchte die Polizei die Wiesenfläche und sperrte das Gelände ab. Bis heute. Der mutmaßliche Tatort sei weiterhin abgesperrt und nicht freigegeben, teilt die Polizei mit. Polizei und Staatsanwaltschaft geben derzeit aber keine Details zu den Ermittlungsergebnissen bekannt. Als Teil der internationalen Rüstungshilfe für die Ukraine wird Deutschland erstmals Militärhubschrauber liefern. Verteidigungsminister Boris Pistorius habe dem von Russland angegriffenen Land sechs Mehrzweckhubschrauber vom Typ Seaking MK41, Zubehör- und Ersatzteilpakete sowie Ausbildung dafür zugesagt, teilte das Verteidigungsministerium in Berlin am Dienstagabend mit. Zuvor hatten sich die Unterstützer der Ukraine im sogenannten Rammstein-Format zu Beratungen zusammengeschaltet. Die ostukrainische Großstadt Scharkiv wurde unterdessen am späten Dienstagabend abermals von russischen Raketen beschossen. Es gebe Schäden an ziviler Infrastruktur, schrieb der Gouverneur des Gebietes auf Telegram. Alle Infos zu diesen Gude Mittelhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vam.de.